Ein Satz von ihm zeigte seine ganze Liebe zu mir. Er sagte, wen der Herrgott bescheißen will, den lässt er in Palamo zur Welt kommen. Aber du, Gioacchino, bist in Rom geboren. Vielleicht wirst du es schaffen. Eines Tages schickt Giuseppe ein Manuskript an einen Bekannten. Der trifft sich mit ihm im Café Mazzara und sagt, aber das ist ja ein Meisterwerk, etwas ganz Außergewöhnliches, eine Offenbarung. Woraufhin Giuseppe kommentiert, da ist mir klar geworden, dass er mich bis zu diesem Moment für einen Idioten gehalten hat. Liebster Guido, ich glaube, das Buch wird dir gefallen. Es ist ironisch, bitter und nicht ohne Bosheit. Alle kommen schlecht darin weg. Der Titel wird Il Gattopardo lauten, das heißt Leopard im sizilianischen Dialekt. Denn der Leopard ist die zentrale Figur in meinem Wappen und auch in dem des Protagonisten dieses Romans. Der Protagonist bin schließlich ich selbst. Einer, der das ganze Leben lang nichts zustande gebracht hatte, schreibt einen einzigen Roman und wird unsterblich. Der Protagonist bin schließlich ich selbst. Der Protagonist bin schließlich ich selbst.